Am 20. März 2016 reist der SV Holstein Kiel nach Sachsen-Anhalt zu einem vermeintlich gewöhnlichen Drittligaspiel. Es soll nach Magdeburg, genauer gesagt ins berühmt-berüchtigte Heinz-Krüge-Stadion gehen. Während das Spiel ohne große optische Aktionen von beiden Szenen bereits läuft, sichtet die Kieler Szene eine Magdeburger Zaunfahne in unmittelbarer Nähe zum Gästeblock. Nachdem diese gesichtet und ein Plan geschmiedet wurde, schaffen es einige wenige Kieler tatsächlich in einem Moment der Unaufmerksamkeit an der Seite des Blockes mit einem langen Arm an die Fahne zu kommen. Diese ist nun gezogen und im Besitz der Holstein-Fans. Das bekommt die Gegenseite recht zügig mit wodurch es jetzt zu Tumulten im Stadionumlauf kommt. Aus dem Block U machen sich 40 bis 50 Ultras auf den Weg um ihre eigenen Leute zu rächen. Polizei und Ordnungsdienst schalten jedoch schnell und halten die Magdeburger im Stadionumlauf auf, sodass diese nicht weiter in Richtung Gästeblock vordringen können. Laut einem Medienbericht gelingt es sogar dem Ordnungsdienst, die zuvor gezogene Zaunfahne zurückzuholen, was die Gemüter der FCM-Anhänger beruhigt. Denkend, dass die Sache nun geklärt sei, macht sich der kleine Szene-Mob aus Kiel nach Spiellende wieder auf den Weg in den hohen Norden. Dabei nutzen die Holstein-Fans den Zug und fahren auch über den bekannten Bahnhof Stendal. Dort warten tatsächlich knapp 100 Magdeburger, für welche die Aktion aus dem Stadion doch noch nicht geklärt war. Als der Zug mit den Gästen einfährt, gibt es erst einmal einen Austausch von Wurfgütern wie Bierdosen und Steinen, die auf den Regionalexpress fliegen. Kiel scheint jedoch motiviert und zieht bei Anbetracht der Lage tatsächlich die Notbremse, sodass der Zug zum Stehen kommt. Über die Gleise gibt es nun tumultatige Szenen zwischen heranstürmenden Magdeburgern sowie einigen Polizisten, die sich denen in den Weg stellen. Mehr als ein paar einzelne Schellen, die MD noch im Eifer des Gefechtes an Kiel verteilen kann, sind jedoch aufgrund der nun zügig anrückenden Staatsmacht nicht zu holen. Die Tumulte münden in über 25 Festnahmen auf Seiten der Magdeburger. Kiel darf hingegen nach einigen Momenten weiterfahren, womit der Tag schließlich gelaufen ist. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.